Mein Name ist Kai und heute möchte ich euch meine Geschichte erzählen. Ich möchte euch heute einen Teil von meiner Kindheit erzählen und wie mein Leben sich so in den Jahren entwickelt hat. Ich fange am besten mal in der ersten Klasse an. In der ersten Klasse angekommen, total aufregend. Man ist in der Schule, man hat gerade den Kindergarten verlassen und man lernt jetzt das Lesen, man lernt das Schreiben, man freut sich auf die Kinder, man freut sich einfach auf die Schulzeit, das ist was komplett Neues. Die Einschulung ist total aufgeregt. Man ist mit seinen Eltern, man hat eine Schultüte dabei, sie ist vollgefüllt mit Süßigkeiten, man hat einen Schulranzen. Es ist ein Gefühl, was jeder von euch kennt, jeder von euch wurde eingeschult. Es ist ein sehr, sehr besonderer Tag. In der ersten Klasse hat es langsam, langsam angefangen, dass ich ein bisschen geärgert wurde aufgrund meines Aussehens. Ich habe rote Haare, ich habe Sommersprossen und werde deswegen auch geärgert von den Kindern. Ich war auch leicht übergewichtig, weil ich auch wusste, dass ich übergewichtig bin, habe ich auch selber ab und zu mitgelacht und habe es gar nicht so nah an mich herangelassen, habe es auch nicht so ernst genommen, wie ich es eigentlich hätte ernst nehmen müssen. Ich habe auch mit niemandem darüber gesprochen, weil ich dachte, es wäre wahrscheinlich normal. Nach der vierten Klasse, als ich dann in die fünfte Klasse kam, wurde das Ganze viel extremer, sehr viel extremer. Ich wurde tagtäglich geärgert, gehänselt, gemobbt von Schülern und irgendwann waren da diese fünf Jungs. Die fünf Jungs, die mein komplettes Leben verändert haben. Nach der fünften Stunde, nachdem es geklingelt hat, ich habe meinen Schulranzen auf und bin auf dem Nachhauseweg. Ich verlasse die Schule, laufe ein paar Meter und da sind da diese besagten fünf Jungs. Ich habe sie erst mal gar nicht wahrgenommen. Ich laufe an denen vorbei und höre einfach nur aus dem Hintergrund, wie einer sagt, bleib stehen, du Fettsack. Ich drehe mich um, ich wusste erst mal gar nicht, meinen die jetzt mich? Und dann kam sie schon auf mich zu. Und der eine packte auf einmal meinen Schulranzen und zieht mich einfach zu sich, bilden einen Kreis um mich und schubsen mich hin und her. und diese Schubsen wurden irgendwann viel extremer, viel schlimmer, viel stärker, bis ich dann irgendwann gestolpert bin, auf den Boden gefallen bin und dann kam schon der erste Tritt. Und die anderen haben gleich mitgetreten, mitgeschlagen, mich angespuckt. Und ich liege da, weine, bin verzweifelt. Meine Mitschüler hätten mir helfen können, aber sie sind weggerannt, ich habe das gesehen, damit sie bloß nicht die Nächsten sind, die zusammengeschlagen werden. Und nachdem sie fertig waren, beugt sich einer runter und sagt zu mir ein Wort. Zum Direktor, zur Lehrerin, zu deiner Mutter oder zu deinen Geschwistern. Und wir werden deiner Mutter etwas antun. Hast du uns verstanden? Ich habe einfach nur genickt, habe gesagt, ja, ich habe es verstanden. Ich bin aufgestanden, bin einfach nach Hause gerannt. Auf dem Weg nach Hause habe ich mich auch gefragt, warum hat mir keiner geholfen? Und es hat natürlich auch sich keiner getraut zu helfen. Die Jungs waren deutlich größer, stärker, sportlicher. Der Älteste von denen war 16 Jahre alt. Das heißt, sie waren ca. in der 9. bis 10. Klasse, ich war in der 5. Klasse. Ich hatte gar keine Chance gegen sie. Und das Ganze ging jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Und dann kam der 16-Jährige zu mir und hat gesagt, pass auf, wir wollen Geld von dir. Du gibst uns jeden Tag dein Taschengeld. Wenn du es uns nicht geben solltest, werden wir dich jeden Tag verprügeln. Wenn mein Taschengeld dir nicht gereicht hat, habe ich meine Geschwister beklaut. Ich habe meine Eltern beklaut, um irgendwie das Geld zusammen zu trommeln, um denen das einfach zu geben. Auch das hat denen ab und zu nicht gereicht und ich wurde trotzdem verprügelt. Ich wurde trotzdem angespuckt. Einmal haben sie mich auch zu dritt, zu viert gepackt und in eine Mülltonne kopfüber reingesteckt, aber in diese engeren Mülltonnen, nicht diese großen, in diese engen, wo du dich einfach nicht mehr bewegen kannst. Sie haben mir mein Leben zur Hölle gemacht. Ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Und dann war da ein Tag. Ihr müsst euch vorstellen, da ist ein See. Um den See herum sind da viele Rentner, Menschen, die mit ihren Hunden Gassi gehen. Und an diesem Tag war ich auch da. Ich wollte einfach ein bisschen spazieren. Ich wollte einfach für mich alleine sein. Es gab niemanden, mit denen ich darüber reden konnte. Ab und zu waren da auch Enten. Ich habe mir ein bisschen Brot besorgt. Und wollte einfach Enten füttern und einfach versuchen, ein bisschen klarzukommen. Ein bisschen nachdenken. Und es war ziemlich kalt. Der See war auch zugefroren. Und auf einmal höre ich Stimmen hinter mir. Was machst du denn hier, du Fettsack? Ich drehe mich um. Es waren diese fünf Jungs. Und ich dachte mir, verdammte Scheiße, bin ich wirklich nirgendwo sicher vor diesen Menschen? Und haben sie mich einfach dazu gezwungen, auf diesen See raufzulaufen. Der komplett vereist war. Ich war leicht übergewichtig. Das Eis hätte brechen können. Ich hätte ertrinken können. Und sie hätten mich einfach nur dabei ausgelacht, beim Ertrinken. Ich bin auf diesem Eis und ich habe die Angst meines Lebens. Ich traue mich nicht, den nächsten Schritt zu machen. Und sie zwingen mich immer weiter und tiefer und weiter zu laufen. Immer weiter und immer weiter. Ich traue mich auch nicht zu sagen, nein. Ich habe sogar die Angst, dass sie eventuell mit aufs Eis kommen und mich da verprügeln und meinen Kopf ins Wasser stecken. Sie haben mich vom Weiten beleidigt, erniedrigt. Sie haben mir einfach meine komplette Kindheit genommen. Komplett. Irgendwann sind sie gegangen, nachdem sie mich genug ausgelacht haben. Ich bin langsam, ganz langsam vom Eis runtergelaufen. Bin nach Hause. Ich habe geweint. Ich habe keine Luft gekriegt. Ich bin traurig. Ich kann mich niemandem anvertrauen. Ich weiß nicht, mit wem ich darüber reden soll. Ich habe Angst, dass sie meiner Mutter was antun, wenn ich mit meiner Mutter darüber rede. Am nächsten Tag habe ich mir überlegt, wie kann ich es jetzt vermeiden, jetzt einfach in die Schule zu gehen. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Ich kann nicht in die Schule. Ich kann heute nicht zur Schule gehen. Sie werden mich wieder verprügeln. Sie werden mich anspucken. Sie werden mich erniedrigen. Sie werden mich beleidigen. Sie werden mich schlagen. Dann bin ich auf die Idee gekommen, ich verstecke mich einfach bei uns im Keller. Morgens habe ich mich von meiner Mutter verabschiedet. Sie stand noch in der Küche. Sie hat meine Brote geschmiert gehabt, meine Brotdose fertig gemacht. Ich habe mich verabschiedet, die Tür zugemacht, sodass sie es hört, dass ich gehe und bin in den Keller gelaufen. Und ich habe mich wirklich von 8 Uhr morgens bis 12.30 Uhr, 13 Uhr, habe ich mich in diesem Keller versteckt, bin irgendwann hochgelaufen und habe es so getan, dass ich gerade von der Schule komme. Das Ganze ging aber leider nur eine einzige Woche gut, weil der Schulleiter angerufen hat und gesagt hat, wo ist eigentlich ihr Sohn? Warum kommt ihr Sohn nicht zur Schule? Er fehlt seit einer Woche unentschuldigt in der Schule. Meine Mutter hat mit mir geschimpft. Ich habe Hausarrest bekommen, aber soll ich euch mal was sagen? Das war gar nicht schlimm. Wisst ihr, was noch viel, viel schlimmer war? Dass ich morgen wieder zur Schule muss. Dass ich morgen wieder diesen Angriffen ausgesetzt bin, mich nicht wehren kann, Angst habe und mir einfach keiner hilft. Ich weiß nicht mehr weiter. Das Einzige von Montag bis Freitag, was mir gefallen hat, was gut war, war der Mittwoch. Am Mittwoch hatten wir Fußball AG. Die ging von 13.30 Uhr ungefähr bis 16 Uhr und da hatten wir alle dasselbe Hobby. Diese fünf Jungs waren aber auch nicht dabei. Beim Fußball hatten wir, natürlich bei dieser AG, hatten wir alle dasselbe Hobby. Wir hatten Spaß. Ich war abgelenkt. Ich habe nicht mehr über diese Mobbing-Attacken nachgedacht. Mir ging es gut. Immer am Mittwoch hatte ich diese Fußball AG und da konnte ich mich einfach entfalten. Ich hatte Spaß. Ich hatte auf einmal Freunde, mit denen ich Spaß hatte, mit denen ich Fußball gespielt habe. Und wenn meine Mannschaft auch noch gewonnen hat, hat es noch mehr Spaß gemacht. Und dann kam dieser Mittwoch, ein paar Tage vor meinem 11. Geburtstag. Ich bin wieder in der Fußball AG. Ich habe genau bis 16 Uhr Spaß mit den Leuten. Wir spielen Fußball. Ich ziehe mich um, verlasse die Turnhalle und Schule sind ungefähr 50 bis 70 Meter. Ich verlasse die Turnhalle und dann sehe ich auf einmal diese fünf Jungs draußen vor der Tür am Quatschen und sie sehen mich. Und da war, wie gesagt, dieser Abstand von 70, 80 Metern. Und dann sagen sie auf einmal zu mir, bleib stehen, du Fettsack, du fette Schwein. Und ich bin losgerannt. Ich bin auch das allererste Mal losgerannt, weil ich wusste, ich habe einen kleinen Vorsprung von 70, 80 Metern. Ich renne, 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 renne und sie rennen mir hinterher. Sie rennen mir hinterher, als würden sie einem Feind hinterher rennen. Sie rennen mir hinterher, als würden sie mich seit fünf Wochen suchen. So hat sich das angefühlt. Ich habe die Panik meines Lebens. Ich renne. Sie rennen mir hinterher. Sie sind natürlich größer und sportlicher als ich. Ich bin klein und übergewichtig. Und der Abstand wird immer weniger. Ich drehe mich um und renne über Straßen. Rennen die Gasse rein, rennen die Gasse rein. Und sie schreien immer weiter, bleib stehen, wir haben dich gleich, bleib stehen, wir haben dich gleich. Und ich renne, 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 renne. Und ich weiß, ich habe die Orientierung verloren. Ich musste mich ja irgendwie in Sicherheit bringen. Ich musste irgendwo irgendwie ankommen, dass sie mich einfach nicht mehr kriegen. Und dann bin ich in eine Sackgasse gelaufen. Ihr könnt euch diese Sackgasse so vorstellen, links, rechts sind Häuser und da ist so ein kleiner Wendekreis. Und da ist wie so eine kleine Baustelle mit einer Grube, die drei Meter tief ist. und die ist abgesperrt, so mit Holzplatten. Und dann stehe ich da. Ich komme keinen Meter mehr weiter. Ich drehe mich um und ich sehe diese fünf Jungs. Vier davon wurden langsamer und dieser 16-Jährige, der Älteste, wurde immer schneller. Der hat nochmal richtig Gas gegeben. Ist gekommen, hat mich geschubst. Ich bin gegen diese Holzplatte geknallt. Die Holzplatte bricht ab und ich falle in die Grube rein. Ich falle drei Meter tief in diese Grube rein, falle auf die linke Seite, stoße mir meinen Kopf ab, ein Loch im Kopf. Es kommt Blut aus meinem Kopf raus. Meine Rippen habe ich mir gebrochen und ich beiße mir auf die Wangen und es kommt sogar Blut aus meinem Mund raus. Ich habe die Panik meines Lebens. Mein Herz ist am Rasen. Ich habe das Gefühl, mein Herz bleibt jeden Moment stehen vor Angst. Ich kriege Schwerluft, weil meine Rippen gebrochen sind und ich höre nur noch, wie diese fünf Jungs mich einfach von oben auslachen. Ich liege dann da. Ich schlucke mein eigenes Blut. Ich bin am Weinen. Ich bin verzweifelt. Niemand ist da, der mir hilft. Es ist 16.30 Uhr. Es ist Spätherbst. Es ist dunkel. Und ich höre nebenbei diese Beleidigungen. Und was ich niemals vergessen werde, war, wie sie mich ausgelacht haben. Wie viel Spaß sie daran hatten, dass ich verletzt in dieser Grube lag, hilflos war und sie es einfach genossen haben. Diesen Anblick, wie sie ihn genossen haben, das werde ich nie wieder vergessen. Und auf einmal habe ich gespürt, dass mich irgendwas trifft. Erstmal habe ich gedacht, es wäre Regen, aber es hat nach Pisse gestunken. Und dann habe ich realisiert, dass alle fünf Jungs sich einen Spaß daraus machen, lachen, beschimpfen und alle gleichzeitig auf mich runterpissen. Und dann hat einer von denen beim Weggehen noch etwas gesagt. Das werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen. Ich habe es noch in allerletzter Sekunde gehört, wie er sagt, und jetzt verreckt, du kleiner Bastard. Ich will schreien, nach Hilfe schreien, aber welche Hilfe? Welche Hilfe? Wo war die Hilfe monatelang von meinen Mitschülern? Meine Mitschüler haben mitgemacht. Sie haben mitgemacht, aus Angst, sie sind die nächsten Opfer. Meine Lehrer haben mir nicht geholfen. Niemand konnte mir helfen. Wer soll mir jetzt helfen? Und wisst ihr, was ich mir in diesem Moment gewünscht habe? Ich wollte einfach nur noch meine Ruhe. Ich wollte einfach nur noch sterben. Mein größter Wunsch war in diesem Moment einfach nur sterben. Es ist kalt. Ich ziehe meine Beine zusammen, mache meine Augen zu und hoffe einfach nur, dass es jetzt ein Ende hat. Ich will sterben. Und dann war ich weg. Vier Tage später wache ich auf im Krankenhaus. Vier Tage später wache ich auf im Krankenhaus. Ich lag vier Tage im Koma. Mein Kopf komplett mit verbannt. Ich habe eine Bluttransfusion bekommen, weil ich so viel Blut verloren habe. und dann kommt der Arzt zu mir und fragt mich kleiner, was ist passiert. Sogar in diesem Moment hatte ich Angst und habe mich geschämt, zu sagen, was passiert ist. Ich hatte Angst, zu sagen, was passiert ist. Aus Angst, dass sie meiner Mutter wieder etwas antun könnten oder ihr etwas antun könnten. Seht ihr mich in dieser Grube? Seht ihr diesen Schmerz in meinen Augen? Seht ihr meine Hilflosigkeit? Seht ihr diesen kleinen Jungen in dieser Grube hilflos, voller Schmerzen, voller Angst? Könnt ihr mich sehen? Seht ihr mich? Könnt ihr mich jetzt sehen? Könnt ihr mich hören? Ja, ich bin es. Carsten Stahl. Viele von euch kennen mich. Ich bin dieser kleine Junge. Ich war dieser kleine Junge. Ich bin dieses Opfer von Mobbing, Gewalt und Erniedigung und Demütigung. Ich war dieser Junge in dieser Grube, den man zum Sterben angepisst zurückgelassen hat vor 41 Jahren. Ich war dieses Opfer von Mobbing. Ich war dieser hilflose Junge. Der ein oder andere hat die Geschichte vielleicht schon erkannt, aber viele von euch vielleicht auch nicht. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Carsten Stahl. Ich bin der Gründer vom Bündnis Kinderschutz und Stopp Mobbing in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Seit 10 Jahren kämpfe ich bundesweit und über die Grenzen von Deutschland hinaus für den Schutz von Kindern. Genau dagegen. Gegen Mobbing, Gewalt, Hass, Rassismus, Antisemitismus und Missbrauch und Gewalt an Kindern. Warum tue ich das? Genau wegen dieser Geschichte. Ich habe mein Wissen nicht aus der Theorie. Ich habe es nicht erlernt in einem Studium, sondern ich habe es am eigenen Leib und Körper, an meiner eigenen Seele erfahren. Die Narbe aus dieser Grube, als ich aufgeschlagen habe, ist hier. Sie wird mich immer daran erinnern, was man mir angetan hat, wie ich zum Opfer von Mobbing und Gewalt wurde, angepisst und zum Sterben zurückgelassen. Aber wie ging es dann weiter? Was ist passiert, nachdem ich aus der Grube kam, nachdem ich diese Bluttransfusion kam, war es dann vorbei? Nein. Erstmal blieb ich eine ganze Weile zu Hause. Dieses Mobbing-Opfer, was ich damals war, ist dann wieder zur Schule gegangen. Der Haupttäter, der Anführer dieser großen Gruppe war dann nicht mehr an der Schule. Das war für mich ein Glück, weil er war der Hauptmodiplikator, der Boss, der, der das Sagen an der Schule hatte, der nicht nur diese Jungs, sondern auch andere unter Kontrolle hatte. Meine Klasse hat sich nicht groß gefreut, dass ich zurück war. Es hat etwas mit mir gemacht, es hat mich zerstört. Aber wisst ihr, um da rauszukommen, ist etwas passiert. Irgendwann bin ich etwas gewachsen, etwas größer geworden. Irgendwann habe ich mitgelacht und mitgemacht, als andere ausgelacht wurden, erniedrigt wurden. Nur um dazu zu gehören, bin ich selber zum Mittäter geworden und habe mit dem Finger auf andere gezeigt. Und dann bin ich in die Pubertät gekommen. Ich bin ziemlich schnell gewachsen, bin größer und stärker geworden. Und eines Tages, als ich wieder attackiert wurde von anderen, habe ich mich gewehrt. Ich habe nur geschubst mit voller Wut und vollem Hass. Dieser Junge, der mich angegriffen hat, fiel ziemlich stark hin. Ich habe mich zum ersten Mal zur Wehr gesetzt. Aber nicht mit Worten, sondern mit Gewalt. Ich bin selbst zum Gewalttäter geworden und von dem Moment an habe ich gemerkt, anscheinend kann mich nur die Gewalt schützen. Ab dem Moment habe ich immer wieder Gewalt angewandt. Es war für mich legitim, es zu tun, weil andere es mit mir getan haben. Und die mit um mich herumstanden, die haben mich dann erst akzeptiert. Als ich gebettet und gefläht habe und gewimmert habe, haben sie mich gelacht und im Stich gelassen. Als ich selbst Gewalt angewandt habe, haben sie mich respektiert. Und ich bin immer größer geworden, stärker geworden, habe angefangen Kampfsport zu machen und habe angefangen zu lernen, wie es ist, Gewalt anzuwenden. Und irgendwann war diese Gewalt ein Teil meines Lebens. Und wenn man dann größer und älter wird und zum Jugendlichen ranwächst und das auch noch in Berlin-Neukölln, wo ich aufgewachsen bin, dann kann man ganz schnell abrutschen. Denn Berlin-Neukölln ist etwas anders und da gibt es auch andere Regeln. Und wenn man dann ziemlich schnell und ziemlich oft Gewalt anwendet, kommt man auch ziemlich schnell in Konfrontation mit der Polizei. Und man kommt auch in die Konfrontation oder die Bekanntschaft von dem einen oder anderen, der vielleicht genau das benutzen möchte. Junge, Jugendliche, die gewaltbereit sind und die man manipulieren kann, die man steuern kann. Eines Tages kam genauso eine Gruppe auf mich zu und ich habe nicht gemerkt, dass man mich manipuliert, dass man mich benutzt, sondern ich habe gedacht, oh, guck mal da, die, die alles haben, große Autos, teure Uhren, schöne Frauen, die kommen zu mir und sprechen mich an und reden mit mir. Eigentlich haben sie nur versucht, mich zu ködern, aber das habe ich nicht gemerkt, weil ich mich nach Respekt gesehnt habe, nach Anerkennung. Ich wollte endlich Anerkennung akzeptiert werden. Was mich dabei, was mich in diese Position gebracht hat, dass sie Interesse an mir hatten, war das, weil das habe ich benutzt, immer und immer wieder. Und diese Fäuste waren es auch, die mein Leben noch schlimmer gemacht haben als je zuvor. Ich bin abgerutscht in diese Gewalt und in die Kriminalität. Aus dem Jungen, der zum Mittäter und Täter wurde, wurde ein Intensivtäter, ein Krimineller. Ich war 18 Jahre kriminell. Klein angefangen, wurde ich immer größer, stärker, einflussreicher, machtgieriger, geldgieriger. Hauptsache nie wieder Opfer sein und dazugehören. Schöne Autos, schöne Frauen, viel Geld, das schnelle Geld. Ohne zu spüren, was es mit dir macht, wie es dich manipuliert und zerstört. Viele fragen mich immer wieder, Carsten, warst du im Gefängnis? Hast du dafür bezahlt? Glaube, nicht jeder von euch weiß wirklich, ob das das Gleiche ist. Im Gefängnis zu sein und dafür zu bezahlen, können manchmal unterschiedlich sein. Leider war ich nicht im Gefängnis. Habt ihr gehört, was ich gesagt habe? Leider. Weil wenn ich vielleicht früh genug als Jugendlicher schon mal im Gefängnis gewesen wäre, hätte es mir vielleicht eine Lektion erteilt, die abschreckend gewesen wäre. Aber das war ich nicht. Aber kommen wir zu der entscheidenden Frage. habe ich dafür bezahlt? Habe ich dafür bezahlt? Für jeden, der da draußen ist und in die Gewalt abrutscht, in die Kriminalität, ihr müsst euch immer bewusst sein, dass ihr dafür einen Preis bezahlen werdet. Früher oder später. Aber was ist dieser Preis für diesen, diese Anerkennung, das Geld, den Ruhm? Was ist dieser Preis? Glaubt ihr wirklich, dass die größte Gefahr von der Polizei und der Staatsanwaltschaft und dem Gericht ausgeht? Glaubt ihr das wirklich? Polizei, Staatsanwalt und Gericht halten sich an Regeln, an Gesetze. Da kann es sein, dass um 5.30, 6 Uhr bei euch die Tür eingetreten wird und man euch überwältigt und ihr dann der Acht auf den Rücken kriegt oder man euch die Hände fesselt und euch mitnimmt, euch erstmal in Untersuchungshaft steckt und gegen euch ermittelt. Und falls ihr irgendwas finden und irgendwas gegen euch vorliegt, was sie verwerten können, dann werdet ihr verurteilt. Dann landet ihr im Gefängnis. Für eine gewisse Zeit, am Anfang weniger, später vielleicht öfter. Manche verbringen ihr ganzes Leben über Jahre hinweg in Gefängnissen. Aber manche werden genau da erst zu wirklichen Tätern, weil sie sich nicht ändern, weil sie sich da verbünden mit anderen und sich schwören, beim nächsten Mal mache ich es richtig und werde nicht erwischt. Nicht beim nächsten Mal steige ich gar nicht erst ein. Manche werden genau da erst zum Täter. Aber kommen wir zurück zum Bezahlen. Was seid ihr bereit zu bezahlen für diesen Ruhm, diese Anerkennung, diesen Reichtum, diese Macht? Macht, Anerkennung für diesen Respekt von wem und von was nochmal? Was seid ihr bereit zu bezahlen? Ich werde euch davon erzählen, was ich bezahlt habe. Wisst ihr, wie gesagt, die Polizei, Staatsanwaltschaft, Richter sind nicht die größte Gefahr. Nein, es sind andere rivalisierende Banden, die vielleicht das wollen, was ihr habt. Den Ruhm, den Erfolg, das Geld. Und dann gibt es Konflikte, Gebiete, die man absteckt, Macht, die man haben will. Und wenn ihr diese Macht nicht teilen wollt, dann werdet ihr ins Visier genommen. Und vielleicht sind sie nicht so mutig und kommen zu euch, sondern sie suchen eure Schwachstelle. Und deshalb hört mir gut zu für jeden, der da draußen Gangster spielen möchte und sagen möchte, ach, ich kann das werden, was man in irgendwelchen Videos vielleicht hört, sieht und auch anhimmelt. bricht niemals die oberste Regel. Und die heißt nicht, lasst euch nicht erwischen. Die oberste Grundregel heißt, habt keine Familie. Verliebt euch nicht, habt keine Kinder. Denn da seid ihr verwundbar. Da können sie euch kriegen. So war es auch bei mir. Sie sind ich zu mir gekommen, weil sie wussten, ich kann mich verteidigen. Sie haben meine Schwachstelle gesucht und ich war so dumm, Leuten aus meinem Kreis zu erzählen, was ich hätte niemandem erzählen sollen. Nur nochmal eins, ihr habt keine wirklichen Freunde, wenn ihr kriminell seid. Es gibt immer einen, der dabei ist, der vielleicht für die andere Seite spielt. Ob für die Polizei oder für die anderen rivalisieren Gangsbanden. Und da war einer bei, der hat das erzählt, was ich niemals hätte sagen sollen, was mein Leben für immer zerstört hat. Ein Preis, den ihr nicht bezahlen wollt, den ich bezahlt habe. Ich habe mich verliebt in eine junge Frau, die 21 war, als ich 24 war. Und wir haben uns geliebt. Habe ich ihr die Wahrheit erzählt? Nein. Wenn ich ihr die Wahrheit erzählt hätte, hätte sie sich nie mit mir eingelassen. Ich habe sie belogen. Ich war ein Riesenarschloch. Ich wollte sie, aber ich war nicht ehrlich zu ihr. Ich habe ihr nicht erzählt, was ich gemacht habe, was ich mein Geld verdient habe. Sie war jung und auch etwas naiv, das zu glauben. Und sie ist schwanger geworden. Und da alles bei mir lief, ihr würdet sagen, man läuft bei dir. Habe ich halt gesagt, okay, der nächste Step, du wirst 24, etwas jung, aber das wird schon klappen. Jetzt wirst du Vater. Ein Gefühl, was man nicht beschreiben kann, wenn man es hört. Und auch wenn man Angst davor hat, freut man sich irgendwie. Und dann schlägt es zu. Das Karma. Das Leben. Dann kommt der Preis, den ihr bezahlt. Für eure Fehler. Sie sind nicht zu mir gekommen. Sie haben den Moment abgepasst, zu dritt. Sie haben mir aufgelauert, abgewartet, bis ich raus bin, aus der Wohnung meiner Freundin. Zu meinen Kumpels gehen, eine Welle schieben, den Dicken machen, den Chef spielen. Wenn ihr zu Hause seid, könnt ihr eure Familie verschützen. Aber wenn ihr nicht zu Hause seid, ist niemand da. Und den Moment, auf den warten sie. Sie haben geklingelt, geklopft, was auch immer. Nichtsahnend öffnet sie die Tür, sieht drei Typen vor sich. Große, Kräftetypen, die nicht zögern, die keine Menschlichkeit haben, die nur eins wollen, Macht, Geld. das, was ihr habt. Was euch so wichtig ist. Sie drängen sie in die Wohnung, schubsen sie hinein, sie schlagen sie, sie bringen sie zu Boden, sie treten sie. Ihr seid nicht da. Ihr seid woanders, so wie ich. Ihr feiert. Und dann machen sie sich über sie her. Zu dritt vergewaltigen sie. Meine Freundin, das könnte eure sein. Oder eure Schwester, eure Mutter. Sie vergewaltigen sie. Sie schlagen sie. Und durch die Vergewaltigung und die Gewalt töten sie das Leben in ihr ab. Sie töten unser Kind. Mein Kind. Meinen Sohn. Mein Sohn, der heute 26 Jahre alt. Mein Sohn ist tot. Gestorben im Mutterleib. Durch Vergewaltigung dieser drei Typen. Wer trägt die Schuld dafür? Frage ich euch. Wer? Überlegt genau. Wer? Die drei Typen, die sie vergewaltigt haben, an die Tat umgesetzt, ja. Aber wer hat die Gefahr nach Hause geholt? Wer hat diese Frau belogen? Wer hat sich für die Gewalt und die Kriminalität entschieden? Wer war das? Ja, das war ich. Ich trage diese Schuld. Ich bin schuld. Ich bin schuld daran. Das ist ein Preis, den ich ein Leben lang bezahlt habe. Jeden Tag. Wenn ich daran denke, holt es mich ein. Immer und immer und immer wieder. Und ihr kriegt keine zweite Chance. Die Frau verlässt euch, wenn sie das erfährt. Sie hat mich verlassen. Ihr verliert nicht nur das Kind, ihr verliert alles. All das, was wirklich zählt. Liebe, Hoffnung, das Gute in eurem Leben. Es verlässt euch und es wird dunkel. Und dann werdet ihr spüren, dass der Porsche, die Harley, die Rolex, all das Geld, all die Macht, all die Anerkennung nichts wert ist. Nichts bedeutet. Ihr werdet zerstört, eure Seele zerrissen. Ich gebe mich dann dem Alkohol hin, den Drogen hin. Ich versenke diesen Schmerz in Drogen. Ich sehne mich nach Gewalt. Ich sehne mich nach Konfrontation. Ich kriege heraus, was diese Jungs getan haben, wer sie waren. Und ich überlasse es eurer Fantasie, was ich gemacht habe mit denen. Aber egal, was ich mit ihnen gemacht habe, hat es mein Leben besser gemacht? Hat es mir die Frau zurückgebracht? Hat es mein Kind zurückgebracht? Nein. Rache ist nur ein kurzer Moment. Und deren Haupttäter war ich. Ich habe die Gefahr nach Hause gebracht. Ich habe diesen Weg gewählt. Ich habe immer mehr Drogen konsumiert. Ich habe mich nach Gewalt gesehnt. Immer mehr. Und jetzt frage ich euch, wann bin ich auf diesen Weg gekommen? Durch was? Durch wen? Durch was bin ich auf diesen Weg gekommen? Ich frage es euch. Bin ich als Täter geboren? Als Krimineller? Bin ich so geboren? Nein. Ich bin als kleiner Junge geboren. Wann bin ich in diese Richtung gedrückt worden? Durch was? Könnt ihr euch erinnern? Seht ihr mich in dieser Grube liegen? Diesen kleinen, blutenden, weinenden Jungen, der sterben will? Mobbing und Gewalt, Hass und Erniedigung hat mich zu diesem Jungen gemacht. Erst zum Mittäter, dann zum Täter, dann zum Intensivtäter. Nie wieder Opfer sein. Nie wieder. Bei Gott, wenn ich nicht Opfer in dieser Grube geworden wäre, wenn man mich nicht gemobbt hätte, wäre ich niemals abgerutscht. Und diese Frau hätte dieses Leid nie erleben müssen. Niemand wird als Krimineller geboren. Man wird dazu gemacht, durch die Erfahrung in seinem Leben. Mobbing macht viele Menschen zu Opfern, zu Tätern und zu Mittätern. Und zwar sehr, sehr viele. Tagtäglich haben wir in unserem Land in diesen Zeiten, im Jahre 2023, haben wir, wir sind ja schon im Jahr 2024, wir haben jede Woche in Deutschland gut zuhören, 500.000 Fälle bis eine Million Fälle von Mobbing, Gewalt, Hass und Rassismus an unseren Schulen. jede Woche. Das ist nur normales Mobbing. Cybermobbing, digitalisiertes Mobbing, die schnellste Form, die gefährlichste Form von Mobbing, die tödlichste Form von Mobbing, weil sich viele dadurch umbringen, kommt noch dazu. Das sind nochmal jede Woche ein bis zwei Millionen Fälle. Wir reden hier also von 50 bis 80 Millionen Fälle von Mobbing und Cybermobbing im Jahr. Es ist ein gewaltiges Problem. Und warum habe ich mich entschieden wohl vor zehn Jahren angefangen wegen Mobbing zu kämpfen? Warum wohl nach dem, was ich euch erzählt habe? Aber ist das von heute auf morgen passiert? Habe ich das einfach vor zehn Jahren entschieden? Denn vor zehn Jahren war ich der Hauptdarsteller in einer TV-Sendung. Viele von euch kennen die. Und wer sie nicht kennt, kann sie googeln. 278 TV-Sendungen gemacht. Sogar in Amerika. Lief doch. Ich war eine Person des öffentlichen Lebens. Es lief. Ist das das Wichtigste, was ich bin? Eine Person des öffentlichen Lebens? Nein, darauf scheiße ich. Was ist das Wichtigste in meinem Leben? Was macht mich zu dem, der ich heute bin? Das Wichtigste in meinem Leben, was ich bin. Ich bin Vater. Ich bin Vater. von Nikolaj und Natascha. Und vor zehn Jahren habe ich mich entschieden, mein Leben zu ändern. Warum? Gehen wir nochmal zurück. Ich habe meinen Schmerz in dem Alkohol und den Drogen versenkt. Immer mehr mich nach Gewalt gesehnt, jede Konfrontation genutzt. Mir war scheißegal, ob man mich umbringt. aber es ist nicht passiert. Und eines Tages habe ich wieder eine Frau kennengelernt, die schwanger wurde. Ich wollte dieses Kind nicht. Warum nicht? Weil ich Angst hatte mit dem Leben, was ich geführt habe, dass auch sie Opfer wird und dass wieder ein Kind getötet wird von mir. Ich wollte das nicht. Ihr war es egal, was ich sage. Sie wollte dieses Kind. und mit jedem Monat der Vergangen wusste ich, ich kann so nicht weitermachen. Aber das war noch im Kopf, weil das Kind war im Bauch, das war noch nicht real. Das ändert noch nichts. Aber dann kam der Tag. Der 28. Januar 2008. Die Geburt meines Sohnes Nikolai. Und ich kann euch sagen, wenn ihr dann dieses Kind in den Armen hält, euer eigenes Kind, mit den ganz kleinen Füßen und den kleinen Händchen und wie es euch anguckt mit den großen Augen, dann spürt ihr, was wirklich zählt im Leben. Und dass es nicht Geld, Ruhm und Macht. Geld, teure Sachen, alles, mag schön sein, aber es bedeutet nichts. Die Liebe zu einem Kind, die Liebe von einem Kind zu euch ist das stärkste, was es gibt. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt ist Schluss. Jetzt höre ich auf und steige aus. Und das habe ich getan. Aber ihr steigt nicht einfach aus von heute auf morgen. Da muss man so ein einiges bewegen, um da rauszukommen. Aber ich habe das bewegt. Und ich bin da rausgegangen. Ich musste mein Leben komplett verändern. nicht mehr so viel Geld, nicht mehr all den Ruhm. Und den immer den Gedanken, dass vielleicht der ein oder andere vielleicht Angst hat, dass ich vielleicht was sage, was ich nicht sagen sollte. Aber es war der wichtigste Schritt in meinem Leben, all das hinter mir zu lassen. Für meinen Sohn. Zweieinhalb Jahre später kommt meine Tochter Natascha zur Welt. Aber warum der Kampf gegen Mobbing und Gewalt? Ja, ich habe was anderes gemacht. Ich habe als Personenschützer gearbeitet, aber wie komme ich heute zu dem, was ich heute mache? Als mein Sohn damals geboren ist, am 28 Januar 2008, schwöre ich mir eines. Sollte noch mal irgendwas, irgendwie, irgendwo meine Kinder bedrohen, werde ich wenn ich sage, ich tue alles für meine Kinder, dann meine ich das so. Und dann kommt der große Tag. Mein Sohn ist fünft und halb und wird eingeschult in eine Grundschule in Berlin. Und ihr seid stolz. Euer Sohn, euer Kind freut sich auf die Schule. Schutzbefohlene sind es unsere und die der Schulen. Es war der Schultag, Schulfotos, erster Schultag, alles okay. Der zweite Tag ist der Sonntag, er hat noch mal schulfrei. Dann kommt der erste Schultag im Leben meines Sohnes. Er geht zur Schule, freut sich, alles ist schön. Und jetzt kommt der Dienstag, der zweite Schultag im Leben meines Kindes, meines Sohnes. Er kommt von der Schule nach Hause und ist zu Hause und ich sehe meinen Sohn weinend auf der Couch mit blutigen, mit einem blutigen Mund und einer blutigen Nase, der mich anfleht und sagt, Papa, bitte schick mich nie wieder in die Schule. Papa, ich habe nichts gemacht, ich schwöre dir, ich habe nichts gemacht, sie haben mich geschlagen, getreten, Papa, ich habe Angst, schicke mich nie wieder in die Schule. Nach nur zwei Tagen an einer Grundschule in Deutschland, in Berlin, wird mein eigener Sohn Opfer von Mobbing und Gewalt und alles wiederholt sich. Ich habe geschworen, meinen Sohn zu beschützen mit meinem eigenen Leben, wenn es sein muss. Aber ich wusste, was Mobbing bedeutet und wie man vom Mobbing Opfer zum Mobbing Mittäter und zum Mobbing Täter wird. Genau wie diese Jungs. Diese drei Jungs aus der dritten und vierten Klasse, die meinen Sohn zusammenschlagen und rassistisch beleiden, weil seine Mutter polnisch ist und einen polnischen Nachnamen trägt. Ich wusste, dass niemand zum Täter wird, sondern durch das, was er erlebt, zum Täter gemacht wird und dass viele der Gruppendynamik folgen. Man ist wütend, man will diese Kinder anschreien, man will zu den Eltern nach Hause, was absolut falsch ist und was 100% eskaliert. Ich wusste, die Lösung wiegt woanders. Wenn ich meinen Sohn beschützen will, dann geht das nur auf eine Art und Weise. Wenn ich den Kindern, die meinen Sohn und sich das antun und wahrscheinlich auch anderen antun, erkläre, dass das absolut der falsche Weg ist. Also gehe ich zur Schule und überzeuge den Schulleiter davon, dass hier was passieren muss. Der Schulleiter ist nicht unbedingt davon begeistert, dass ich da bin. Aber ich mache ihm klar, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder Prävention und Aufklärung oder die Presse. Und da ich zu der Scheid schon millionenfach bekannt war, durch diese TV-Sendung, die viele kennen, habe ich gemerkt, was ich heute sehr oft merke, dass die Politik und die Schulen Angst vor den Medien haben und manchmal, dass der einzige Weg ist. In unserem Land 2024 sagen noch mindestens die Hälfte aller Schulleitungen in Deutschland, an unserer Schule gibt es keine Probleme. Wir haben kein Mobbing, keine Gewalt, nichts, alles ist okay. Wir haben 32.000 Schulen, davon sind 16.000, also die Hälfte. 16.000, die zuständig sind für 5 Millionen Schüler von 10. Um es gleich klarzustellen, es gibt keine Schule, die kein Mobbing und keine Gewalt hat. Schulleitungen lügen aus Angst um den Ruf der Schule und ihre eigene Position und aus Hilflosigkeit, weil sie von oben auf den Stich gelassen werden. Lügen sie, weil sie hilflos sind und weil sie das Problem oft unterschätzen und weil sich 80% der Mobbing-Opfer, so wie ich auch damals, nicht anvertrauen. Die Schulleitung hat sich darauf eingelassen, dass wir etwas tun und ich habe zu den Schülern und zu anderen Schülern gesprochen, ohne zu wissen, wer die Täter waren. Das hat etwas losgelöst. Immer mehr Eltern kamen zu mir, Schulen kamen zu mir. Ich wollte nur meinem Sohn helfen, aber viele haben mich um Unterstützung gebeten und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich helfen kann, probiere ich das, weil es hat sich was verändert. Die Kinder, die meinen Sohn wehgetan haben, haben ihnen nie wieder wehgetan und dafür musste ich ihnen nur die Augen öffnen mit Worten, die das Herz berührt haben, so wie vielleicht meine Worte hier euer Herz berühren. Und erst wenn man das Herz berührt, folgt der Verstand und erst dann verändert man was, sonst bleibt es oberflächlich. Diese Jungs haben meinem Sohn nie wieder wehgetan und mein Sohn wurde nie wieder zum Mobbingopfer und andere haben mich um diese Unterstützung gebeten. Also habe ich eine Initiative gegründet, später dann einen Verein und so nach einem Jahr kam dann sogar mal die erste Zeitung, eine große Zeitung, die Bild-Zeitung für Berlin und die BZ. Da waren wir auf der Titelseite, ich war drauf, als jemand, der sich einsetzt für Kinder. Was Positives, oder? Was gibt es denn am Kinderschutz zu kritisieren? Das Problem ist, dass wir in unserem Land ein Problem mit der Wahrheit haben. In unserem Land, auch in anderen Ländern, da bleiben wir bei uns, ist es so, der, der die Missstände anspricht, ist gefährlicher, als der, der die Missstände macht und zu verantworten hat. Das geht für viele Bereiche unserer Gesellschaft und unseres Landes. Man wollte nicht, dass ich das Thema anspreche. Ich bin ja dies nicht, ich bin nicht, das nicht. Es war scheißegal, ob ich es kann, es scheißegal, ob ich was verändert habe. Man wollte es nicht. Man wollte mir klarmachen, dass ich das nicht darf. nicht stoppt einen Vater oder eine Mutter, der sein Kind lebt. Und nichts stoppt einen Jungen aus Berlin-Neukölln, der das erlebt hat, was ich erlebt hat, wenn es um den Schutz von Kindern geht. Deswegen habe ich damals gesagt, vor zehn Jahren 100% falsches Kind und eine Milliarde sicher der falsche Vater und Mann. Es sind zehn Jahre vergangen. Aus der Liebe zu meinem Sohn und des Initiative zum Schutz von Kindern gegen Mobbing, Gewalt, Hass, Rassismus, Gewalt, Vorurteile, Homophobie, Antisemitismus. ist ein Verein geworden und mittlerweile eine Initiative und Organisation, die in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz sich für den Schutz von Kindern einsetzt. Aus der Initiative und der Liebe zu meinem Sohn, zum Schutz der Kinder in unserem Land und in anderen Ländern haben wir vier Gesetze in den Bundestag getragen, die verabschiedet wurden. Wir haben das Handbuch für Pädophile verbieten lassen. Wir haben Kinder Sexpuppen verbieten lassen. Direkt von uns, das waren wir. Die Politik hat es nur abgehakt, das waren wir. Wir haben dafür gesorgt, dass die Eintragung ins Führungszeugnis für einen Kinderschänder lebenslang ist. Davor waren es nur zehn Jahre. Nach zehn Jahren konnten der wie eine Schule arbeiten, in der Kita arbeiten, in Vereinen arbeiten. Wer gibt nach zehn Jahren einem Kinderschänder seine Kinder wieder in die Obhut? Kein normal denkender Mensch. Das haben wir verändert. Eintragung ins Führungszeugnis lebenslang. Und Kinderpornografie war da ein Verbrechen. Weiter haben wir an über 350 Schulen mit über 100.000 Schülern Prävention und Aufklärung gemacht. Wir haben vielen Kindern geholfen. Als Opfern, Tätern und Mittätern. Wir haben Mobbing bekämpft und wir haben Mobbing in unserer Gesellschaft zu einem immer größer werdenden Thema gemacht. Vorher wurde darüber nur geflüstert. Aber ich flister ja nicht. Und ich habe zwei ganz wichtige Botschaften an euch und in dieses Land gebracht. Kinderschutz ist unverhandelbar und der geht uns alle an. Und jetzt frage ich euch, was seid ihr bereit zu tun, und um unsere Kinder zu schützen, um etwas zu verändern. Ich werde immer weiter kämpfen. Das ist meine Bestimmung. Zum Schutz meiner Kinder und anderer Kinder. Auch für eure Kinder. Aber ich schaffe es nicht allein. Ich schaffe es nur mit euch zusammen. Und ich danke Sahit, dass er mir hier und heute die Möglichkeit gegeben hat, zu euch zu sprechen. Dass niemand zu einem Opfer, zu einem Täter oder wie im Sahit sein Fall zu einem Mörder wird.